So, wir haben ja einmal den Waldmeister. Riecht gut. So, den stecke ich jetzt hier so dazwischen. Dann kommt noch Weißwein dazu. Südafrikanischer Weißwein, trocken. So, jetzt einfach in den Topf schütteln. Genau, zwei Flaschen. Und jetzt durchziehen lassen. Und jetzt kommt noch Zucker hinzu. Jetzt sind wir vorbei und jetzt machst du den Sekt auf. Halbtrockner Sekt. Gucken wir, ob ich das hinkriege. Jetzt kommt die ganze Flasche, also der Inhalt, rein. Und jetzt kommen die Erdbeeren hinzu. So, hmm. So, zum Beispiel Brünen. So, jetzt kommen wir mal auf, doch mal auf. Jörg, jetzt geht es. Jörg, jetzt geht es. Da sind Mama. So, und jetzt ziehen lassen. So, und jetzt sind wir hier.